So, grüßt euch beinahe. Ich bedanke mich jetzt einmal bei allen, die, die mich jetzt nicht nominiert haben für das Social Beer Game. Danke schön. Aber mit dieser Aktion kann man mehr machen. Man kann man Leute auch dazu nominieren, dass man spenden. Und genau deswegen bin ich gestern auf der Bank gewesen, noch einmal Sporkasse geäxt. Und zwar waren da 74,23 Euro drin. Weil 74 Euro, 23 Cent, das ist ein depperes Sammel zum Spenden. Ich rannte eben auf. Machen wir daraus gerade 100 Euro. Die Spende an den Verein Partnerhunde. Wo ich da gerade einen liegen habe. Das ist ein liebes Ding. Bei meiner Schwester hat auch einen solchen. Unser Hund ist wichtig. Der kann die Leute unterstützen. Der kann Türen aufmachen. Der kann Sachen vom Buben aufglauben. Und deswegen würde ich am liebsten jetzt an alle, meine Facebook-Freunde nominieren. Dass euch mein Beispiel anschließt. Und dass zumindest die 3 Euro, 3,50 Euro, wo es ein halbes Bier beim Hirten kosten dauert, irgendwo hin spendet. Egal wohin. Aber irgendwo, wo es einem damit helfen könnte. Dankeschön. 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 Dankeschön.